Willkommen bei Division, mein Name ist Madda und ich zeige euch heute ein weiteres klassifiziertes Set aus dem Global Event. Heute ist das Nomad Set dran und das Nomad Set ist einfach das perfekte Set, wenn ihr Solo-Spieler seid. Aus irgendwelchen Gründen, ihr habt keine Kollegen oder die Kollegen haben keine Zeit oder ihr wollt einfach so wie ich mal alleine ein bisschen in der Dark Zone rasieren, dann empfehle ich das euch. Ich habe die Variante für die Dark Zone gemacht, also die PvP-Variante davon. Wenn ihr die PvE-Variante wollt, müsst ihr ein bisschen was umrollen, ansonsten ist das Set so wie ich es jetzt habe für die PvP-Variante ausgelegt. Es ist nicht maxed out, wie gesagt, man kann es hochholen in der Station, aber leider hat man nicht genügend. Division-Tech, ihr werdet es alle bemerkt haben, dass es bei jedem Mangel war. Aber das Set ist perfekt, um in der Dark Zone klar zu kommen, um zu farmen, um gegen andere Spieler zu fighten, um selbst Rogue zu werden oder um selbst auch mal dem Stürmer oder dem Predator entgegen zu treten und sie wegzumachen. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Wenn ihr Fragen habt oder ich euch irgendwie weiterhelfen kann, dann ab damit in die Kommentare, checkt die Infobox ab, checkt Discord ab und Twitter und Co. von mir. Kommt bei mir vorbei und ich hoffe, ihr lasst ein Like da, dass das Video euch gefällt und dann würde ich sagen, bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.